Kontrolle halten, Knie rüber, zur Seite drehen, hier nach unten drehen, rüber rutschen, schön Druck machen, jetzt gehe ich mit der Hand unter seinen Nacken, lasse mich fallen, jetzt kann ich mich nicht mehr schlagen, ich kann nichts mehr machen, wo mir weh tut, die Hand ist da und jetzt rutsche ich mit dem Knie knapp hier rüber und dann kann ich mich von hier aufsitzen und dann gibt's den Pfund.